Musik Ja, warte, Merkel muss weg, ist richtig, aber diese Spontanversorgung handelt davon, lasst ihn frei, lasst ihn frei. 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 So, liebe Polizei, Alter, jetzt wollen wir ein bisschen Müller werden. Wir haben nichts gegen Sie persönlich. Ich habe eine sehr gute Erfahrung mit der Polizei sogar gemacht. Aber ich weiß nicht, wer Ihnen den Auftrag nimmt, so eine Festnahme zu machen. Ich möchte Ihren Vorgesetzten sprechen. Warum wird so etwas angeordnet? Ich habe das genau gesehen, es wurde diskutiert, im Ohr war das Funkgerät und dann wurde entschlossen, dass er mitgenommen wurde. Wer hat das angeordnet? Warum müssen Sie dafür Ihren Kopf hinhalten, dass Sie noch eine Strafanzeige kriegen? Wollen Sie das? Denken Sie doch mal nach. Wir haben nichts gegen Sie persönlich. Das ist willkürlich, das geht nicht. Wegen einer Ofi kann man keinem Gewaltandrohung mitnehmen. Das wurde nicht begründet. Ich habe daneben gestanden und habe das gefilmt. So. Und das gibt eine Strafanzeige. Die möchte ich auch nachher noch stellen. Oder kann man auch noch morgen machen. So. Wir haben alles drauf. Und wenn Ihre Hunde hier, die ohne Markt, haben Sie uns hier bedroht, dann ist das auch eine Bedrohung. Wir haben hier doch keiniges dran. Ich habe einen Platz für euch bekommen. Deshalb gehe ich jetzt, weil ich keinen Bock habe, die Nachthilfe zu verbringen. Was ihr hier macht, ist Freiheitsberaubung. Stellt euch. Ihr seid nicht die Bürger, für die wir euch bezahlen. Danke, Arne Götz. Danke. Ja, was hier passiert, ist natürlich so wie immer am Ende einer Demonstration. Da geht es darum, dass in den Medien stehen soll, es ist hier zu Ausschreitungen und Festnahmen gekommen. Es wird dann nicht erwähnt, warum. Dass es sich nur um eine Ordnungswidrigkeit gehandelt hat. Weil es liest sich einfach gut Festnahmen bei der regierungskritischen Demo. Die Taktik dahinter, die Regierung möchte Menschen vermitteln. Wer regierungskritisch ist, ist auch gefährlich. Wir wissen alle, dass es hier keine Gefahr gibt. Dr. Daniel Langhans ist ein friedlicher Mann Gottes. Predigt immer Deeskalation und hetzt niemanden auf. Er hat auch ausdrücklich vorhin gesagt, und dem möchte ich mich auch anschließen, unsere Kritik richtet sich nicht gegen den einzelnen Polizeibeamten, sondern gegen das System, das letztlich dazu führt, dass Polizeibeamte in eine Zwickmühle geraten, zwischen Anordnungen auf der einen Seite und unzufriedenen Bürgern auf der anderen Seite. Und letztendlich kann ich mir vorstellen und bin mir auch sicher, dass niemand von euch gerne in der Reihe und IIT steht, um eine Spontan-Demo hier sozusagen zu begleiten. Wir würden alle gerne nach Hause gehen, sowohl ihr, als auch wir, als auch Daniel Langhans. Und deshalb hoffe ich, dass das hier sehr rasch und sehr friedlich verläuft und zu Ende geht. Der Ruf, lasst ihn frei, richtet sich nicht an den einzelnen von euch. Der Ruf, lasst ihn frei, richtet sich an das System, jemanden wegen einer Ordnungswidrigkeit zu verhaften und lange Zeit festzuhalten. Ich glaube, unser Rekord liegt derzeit bei acht Stunden. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist unverhältnismäßig, keine Frage. Und ja, gegen diese Unverhältnismäßigkeit sprechen wir uns hier aus. Und zwar auf eine friedfertige, positive und musikalische Art und Weise. Sehr gut gesagt, sehr gut gesagt. Also ich würde sagen, solange er nicht frei ist, bleiben wir hier. So, und machen hier Musik für Freiheit und für, ich muss noch was sagen. Ich würde sagen, ich bin seit zwei Monaten, Marienplatz, Stachos etc. habe ich hier dieses transparent. Da steht Atombomben-Aufrüstungsverbrecherin Angela Merkel stoppen. Jetzt. Das heißt, ich darf seit zwei Monaten die amtierende Kanzlerin Atombomben-Aufrüstungsverbrecherin nennen. Öffentlich. Warum? Sie wissen es. Seit 22. Januar sind die Atombomben, die in Deutschland lagern, völkerrechtlich illegal. Das heißt, die deutsche Polizei schützt eine Kanzlerin, die illegal völkerrechtlich widrige Atombomben hier hortet. Ihre Aufgabe ist es, diese Kanzlerin festzunehmen und zwar sofort. Und vor den internationalen Gerichtshof stellen zu lassen. Das ist ihre Aufgabe. Die Kanzlerin ist in der Kanzlerin. 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 Daniel, jetzt kann man, die Polizei ist sehr ruhig, das finde ich sehr positiv, da können wir auch ruhig sein, in der Ruhe kann man auch viel Kraft in der Ruhe. Noch mal zu der Situation, ganz in Ruhe. Ich habe eine Spontanversalung angemeldet, weil ich das auch mal mitgelegt habe und gefilmt habe, dass die Polizei den Dr. Daniel Langhans mitnehmen wollte und er hat gesagt, warum und wieso und es ging darum, dass er die Maske nicht aufgesetzt hatte. Und das ist eine Ordnungswidrigkeit. Und er hat die Personalin gezeigt und sagt, sie können alles aufnehmen und haben gesagt, nein, sie kommen mit. Und dann fragt er, würden sie auch Gewalt anwenden? Dann haben die das bejaht und haben ihn mitgenommen, haben ihn richtig am Arm feste gepackt und das ist rechtswidrig, nach meiner Rechtsauffassung, das kann man zur Anzeige bringen. Die haben das nicht weiter begründet, obwohl die Kameras liefen. Und deswegen mache ich hier, habe ich eine Spontanversammlung und ich habe die vor, so lange zu machen, bis der Daniel wieder rauskommt und hier auch ein paar Worte nachträglich sagt. So sieht's aus. Das ist ein Abstand zum Bund halten. 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 Sieg auf der ganzen Linie. Daniel, bist du frei? Ich habe eine Spantanversammlung angemeldet. Ich habe alles gefehlt. Was war los? Komm mal hier hin und erzähl mal jetzt mal. Lauf und sag, was los ist. Also ihr seid spitze, dass ihr noch da seid. Wunderbar. Und wir sind ganz glücklich, dass wir den Profi, den Arne bei uns haben. Der hat natürlich gleich ein Stichwort gegeben. Der sagte, ich soll stehen bleiben und fragen, ob Sie jetzt Gewalt anwenden wollen. Und wenn Sie nämlich ja mit Ja antworten, dann ist das eine Gewaltandrohung. Und das ist dann eine Straftat. Das kommt drauf an. Wenn es recht ist, wenn Sie das dürfen, wenn Sie zum Beispiel, wenn du jetzt hier einen Überfall begangen hast und sowas irgendwie. Aber es ging auch um eine Ordnungswidrigkeit, das haben die ja gesagt, das habe ich mitbekommen. Und wegen einer OVI ein Gewalt anzudrohen, mitzukommen und das und jenes, das ist für mich eine Straftat. Eine Strafanzeige. Ich hoffe, die hast du auch gestellt. Oder sollen wir die stellen noch? Jetzt wird es natürlich schwierig. Warum? Auf der einen Seite bin ich natürlich schon der Überzeugung, dass wir auch unsere Möglichkeiten wahrnehmen sollten. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite fand ich das jetzt bemerkenswert, dass plötzlich alles wie ein Kartenhaus in sich zusammengefallen war. Und dann haben Sie mich auch sogar rausbegleitet. Und es ist also alles weg. Sowohl der Platzverweis ist weg. Wegen der Aktion vielleicht? Vielleicht wegen der Aktion. Ich weiß nicht. Jedenfalls gab es da irgendwie eine Weisung. Wie haben Sie denn argumentiert? Ich mache es jetzt ein noch zu Ende. Also beides, sowohl der Platzverweis als auch die Einleitung des Ordnungswidrigkeitenverfahrens ist in Luft aufgelöst. Jetzt zur Frage von Bettina. Genau. Bravo. Jetzt zur Frage von Bettina. Es war so, wie ja jeder gesehen hat, war ich ja mit engagiert auf der Bühne. Und da haben die mich natürlich auch die ganze Zeit gesehen. Und ich merkte schon während der Versammlung, dass ich da auf den Kicker bin. Und deshalb habe ich ja auch den Streamern schon zugerufen. Marc, du erinnerst dich? Wo ist denn man? Ja, hier. Genau. Ich habe mich fünf Sekunden aus den Augen gelassen. Genau, in denen haben die dann zugegriffen. Und ich wusste, da könnte was kommen, weil der einfach so komisch geguckt hatte. Und als es dann soweit war und die mich dann zu zwölf oder zwanzig Personen umringt haben, da kam die dann glücklicherweise auf meinen Ruf alle, die Streamer. Und jetzt passierte Folgendes. Da hat nie einer von den Polizisten gefragt, warum ich keine Maske trage. Sondern sie haben sofort gesagt oder sind sofort davon ausgegangen, es sei eine Ordnungswidrigkeit. Wenn ich umringt werde, dann frage ich natürlich sofort nach der Rechtsgrundlage. Und da wurde mir gesagt, ich hätte einen Auflagenverstoß begangen, dadurch, dass ich die Maske nicht getragen habe. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe doch eine Maskenbefreiung. Also das war alles so noch auf dem Platz. Das war eine Maske, ich hatte eine Maskenbefreiung. Und dann sagt, dann haben die das gar nicht richtig verstanden. Ich habe das noch ausgeführt und gesagt, ja, ich bin ja auf das Versammlungslände gekommen, heute um 15 Uhr, um vorzubereiten. Und dann hat ein Polizist meine Maskenbefreiung geprüft. Und er hat sie mir zusammengefaltet wiedergegeben und hat gesagt, oder sinngemäß, es sei in Ordnung. Und ich war von diesem Zeitpunkt 15 Uhr bis eben um diese Uhrzeit jetzt gerade ohne Maske. So, und was ist das für ein Zauberdokument? Die eidesstattliche Erklärung, die in meinem Kanal Dr. Daniel Langhans, also DR Daniel Langhans in Telegram steht. Und für Baden-Württemberg ist es eine besondere, das darf ich euch auch mal gleich sagen. Warum? In Baden-Württemberg gibt es nämlich nicht nur gesundheitliche Gründe, sich von der Maske befreien, der Tragepflicht der Maske befreien zu lassen. Sondern es gibt eben auch sonstige schwerwiegende Gründe. Und die habe ich dort auf meinem Formular, das jeder abrufen kann, auf meinem Kanal, DR Daniel Langhans, aufgeführt. Und dann habe ich das unterschrieben und das Dokument habe ich dem Polizisten gezeigt. Und er, heute Nachmittag, hat mir das eben mit den entsprechenden kurzen Bemerkungen zurückgegeben. Und demnach war ich dann völlig zu Recht, Masken befreit heute auf dem Münsterplatz. Hast du noch eine Frage an mich? Denn im Moment weiß ich gerade nicht weiter. Also haben die jetzt keine Anzeige geschrieben, nichts gemacht? Oder wie? Haben sie das jetzt gesagt, haben sie akzeptiert das? Die ganze Zeit haben sie mir erklärt, ich hätte eine Ordnungswidrigkeit begangen und deshalb würde ich auch einen Platzverweis bekommen. Und dann aber hatte ich den Polizisten, einem Polizisten, einem anderen wiederum, diese Erklärung gezeigt. Die eidesstattliche Erklärung. Dann nahm der die und ich habe gesagt, nein, er sagte, ob er die kopieren könnte. Wir sind ja jetzt hier auch in festen Gebäuden, da haben sie auch Kopiergeräte. Und dann nahm er, dann habe ich gesagt, ja gerne, können Sie die kopieren, sehr gerne. Und dann hat er die kopiert. Und was jetzt passiert ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, während des Prozedere, Wann ihr hier waren, vielleicht, genau. Also ein Hoch auf euch, die ihr alle hier seid. Wenn wir auf eine Strafanzeige bekommen, dann hätten wir es ja mit Blick geschnitten auf dem Film drauf. Das muss ja immer alles rechtlich sauber laufen. Und das war für der Polizisten rechtlich nicht sauber. Wenn es nicht sauber ist, haben wir das Recht, eine Strafanzeige zu machen. Wenn sie einen Platzverweis gegeben hätten, mit Grund wäre was anderes. Aber wegen einer O.B. zu sagen, wir nehmen sie mit Gewalt mit, ist rechtswidrig. Und deswegen habe ich auch eine spannende Versammlung gemacht hier. Und nachher zum Schluss will ich noch gerne Einigkeit und Recht und Freiheit singen. Aber ich glaube, der Alexander hat noch was zu sagen. Ich hätte einen besonderen Wunsch. Wir haben ja gesagt, wenn Daniel hier wiederkommt, und wir haben gesagt, er ist ein Mann Gottes, und wir vertrauen darauf, dass ihm nichts passiert. Und wir haben gesagt, wenn er wiederkommt, dann gehen wir und lassen alle in Ruhe und jeder will nach Hause. Ich hätte einen Wunsch, dass wir vielleicht zusätzlich zur Einigkeit und Recht und Freiheit in bewährter Tradition, wie schon in Berlin am 18.11., gemeinsam das Vaterunser singen. Wow! Wie geht das? Wow! Wie geht das denn mit der Wien? Warte auf unser Gott, okay. Schon 100 Jahre. Mach die Maske rund, du brauchst die nicht mehr. Wollen wir das Acapella singen? Ja, Acapella. Ja. Hatte unser Unser, der du bist im Himmel, Geheilig wäre dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden, unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Geheilig wäre dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden, Amen. Geheilig wäre dein Name, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden, wie im Himmel, so auch auf Erden, mein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden, Geheilig wäre dein Name, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden, Geheilig wäre dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden, Geheilig wäre dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden, Geheilig wäre dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden, Geheilig wäre dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden, Geheilig wäre dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden, Geheilig wäre dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden, Und ich muss wirklich sagen, du hast Familie, du hast Verantwortung, du bist Polizist, du musst machen, was gesagt wird, sonst kriegst du Stress. Das heißt, ich finde, die Polizisten, ich weiß, es klingt ein bisschen komisch, aber die Polizisten haben einfach mal einen Beifall verdient. Einen riesen Beifall für diesen Job, den jeder macht. Ich meine das ganz ernst. Ich weiß, dass ihr alle unter einer Befehlsglocke steckt. Das ist auch sehr schwierig und wir werden das heute Abend noch nicht ausdiskutieren. Stichwort Mauer schütten, ja, nein, Vergleich, ja, nein und so weiter. Lassen wir jetzt alles weg. Aber eins steht fest, wir sind auf eurer Seite, wenn wir nicht wollen, dass die Demokratie erhalten bleibt, oder? Ganz, ganz kurz. Ich war vor 20 Jahren in Gorleben und da gab es vom Komitee für Grundrechte und Demokratie ein Buch danach. Was in Gorleben passiert war, war der systematische Missbrauch der Polizei zum Durchsetzen der verfehlten Atompolitik. Und momentan wird die Polizei systematisch missbraucht, um Grundrechte und Demokratie zu zerstören. Das ist nicht eure Aufgabe. Es tut mir unheimlich leid, dass ihr missbraucht wärt von der momentanen Regierung. So, vielen Dank. Ich denke mal, wir können die Spontanversammlung beenden. Das ist wahrscheinlich auch im Sinne der Polizei, die will auch Feierabend haben. Ganz friedlich und wir haben alle zu lernen, wir, die Polizei ist alles von Menschen, wir werden alle lernen. Die Emotionen sind am wichtigsten, die Emotionen. Wer ist morgen in Sinzheim? Wer ist in Passau? Passau, Sinzheim. Wer ist denn nächste Woche Samstag in Stuttgart? Ich auch. Wir werden alle da sein. Friedlich. Das ist ganz wichtig. Friedlich zu bleiben, aber stark zu sein. Und auf sein Recht auch zu stehen. Und stark zu sein, das ist wichtig. Vielen Dank für euch alle. Wir werden jetzt hier schließen. Ich hoffe nicht, dass die Polizei nicht gleich auch hier Personalet aufnehmen will oder irgendwas macht. Aber ich bleibe auf jeden Fall friedlich. So, tschüss. Ciao, danke. Vielen Dank für deinen Einsatz. Ja, danke. Leib und Seele und Verstand und immer mit Liebe. Wirklich mit Liebe, das wollen wir. Natürlich klinge ich schon manchmal zornig, wenn ich am Mikrofon bin. Aber den brauchen wir auch, den Zorn. Kennst du den Spruch von dem Papst? Den bringe ich ab und zu mal. Da hat ein schlauer Papst, der hat das zufällig Papst, ja. Der hat gesagt, die Vernunft kann sich gegen das Unrecht besser durchsetzen, wenn ihr der Zorn dabei hilfreich zur Seite geht. Ich habe eine Frage. Ich habe ein schönes gesagt, weil es ein Pfarrer Jesuitenpaar hat, der hat gesagt. Ganz kurz. Ganz kurz. Ich habe gerade geredet. Ich habe geredet. Dann möchte ich Ihnen ja was tun. Wollt Sie das? Ja, gerne. Dankeschön für diese Worte, die von Herzen kommen. Das ist von einer ganz intelligenten Sicht auch. Dankeschön. Ist deine Telefonnummer da irgendwo drauf? Schreib sie doch mal drauf. Darf man dann ein Foto machen? Oder ist das für ihn nur? Mach einfach, was ich denke. Gerne. Schreib doch deine Telefonnummer drauf. Gott sagt, wie lange bleibt der Mensch noch jung. Okay. Und, und. Was ich geschrieben habe. Darf man ein Foto machen oder ist das nur für ihn? Ja, du kannst gerne fotografieren. Sehr gerne. Und du schreibst dann deine Tatsache, was jetzt passiert. Weil selbst in den Schulen wird nicht mehr über Gott geredet. Ja, stimmt. Ich finde das sehr wichtig. Wir alle sind verbunden im Einschöpfchen. Du kannst was ganz kurz sagen. Ich war vor 38 Jahren, da hatten wir einen Jesuitenpater bei uns im Jugendzentrum. Und der hat was Schönes gesagt, was vorher noch hat. Manchmal brauchen wir, um in Aktion zu kommen, eine heilige Wut. Genau. Das ist richtig. Und Wut tut da gut und gibt Mut. Wie heißt du? Wie heißt du nicht? Wie heißt du nicht? Kasper. Ich habe mit Corona oder mit Nahnar. Mit Günther. Mit Th oder ohne? Günther, jetzt sind wir verbunden. Und dann kann ich dir mein Feedback geben zu dem, was du mir da geschenkt hast. Ja, stimmt. Mut. Da bist du nicht. Mehr reicht. Auch man kann es weitergeben. Weil das stimmt in dieser Zeit. Wunderbar. Jeder scheint. Sehr schön. Israel hat sein Volk, was in Wissen in Treckschessen steht. Und Solidarität. Wir müssen jetzt nur auflösen. Ich habe eine einzige Frage. Genau. Von wegen, warst du aufgeregt? Weil ich habe meine... Gerade eben, zwischendurch bist du dann schon mal ein bisschen nervös. Das schon. Wenn sie dich dann zerren. Und er hat ja wirklich fest zugegriffen in die Jacke. Es ging mir weniger darum, dass ich zu Schaden komme, als dass die Leerjacke zerreißt. Achso, okay. Ich hatte nämlich auf meinen Puls mal geguckt, auf meine Uhr. Dann hatte ich 65 gesehen. Da habe ich gedacht. Aber es war dann doch 95. Also, vielen Dank. Ja. Wunderbar. Du Dank dir. Schau mal hier. Aber ich könnte noch eine Karte geben. Hier rein. Der will, glaube ich, hier rein. Oder? Oder? Der Alexander.